Was ist eigentlich los in der Welt? Was findet hier gerade statt? Immer mehr Menschen wachen auf und denken, das stimmt etwas nicht. Die Informationen machen keinen Sinn. Zahlen, Daten, Fakten. Immer mehr Menschen informieren sich, schauen sich die Zahlen an, informieren sich über die Daten und über die Fakten, auch bei den verschiedenen Institutionen, auf den Webseiten und stellen fest, da passt irgendetwas nicht zusammen. Die Zahlen, die Daten und die Fakten, die wir haben, passen nicht zusammen mit den Informationen, die wir praktisch täglich jetzt bekommen. Das, was geschrieben wird und das, was uns gesagt wird, auch von Politikern, das passt nicht zusammen mit den Zahlen, den Daten und den Fakten. Und schon gar nicht mit den Dingen, die wir täglich um uns herum erleben, die wir sehen. Wir leben alle noch. Wir sind auch nicht krank. Es sterben Menschen um uns herum ganz normal, weil sie älter sind, weil sie 95 oder 98 Jahre alt sind. Ja, gerade jetzt eine Dame gestorben, die ich gut kenne, 95 Jahre alt. Sie hat ein wunderbares Alter erreicht. Aber irgendwann sterben wir halt. So ist das Leben. Was findet hier gerade statt? Ich bin in einer Zeit aufgewachsen, in der es einen fürchterlichen Feind gab, als ich Kind war. Es waren die Russen. Der Russe war unser Feind. Der Russe wird uns alle umbringen. Das wurde uns erzählt als Kind. Meine Eltern haben sogar damals in den 60er Jahren überlegt, ob es verantwortungsvoll ist, Kinder in die Welt zu setzen. Denn es wurde Angst gemacht. Es war ein böser Russe da und die bösen Russen wollten uns umbringen. Aber man konnte uns schützen. Es gab ein Wettrüsten. Ein Wettrüsten mit immer neuen, immer größeren, immer schnelleren, immer besseren Waffen. Teilweise lebensgefährliche Waffen, nicht nur für eine kleine Region, sondern auch für eine große Region. Sehr, sehr schlimme Waffen. Aufrüsten war angesagt. Und dann kam ein neuer Feind. Wir erinnern uns alle an New York. Wir alle erinnern uns an die Bilder. Wir haben sie alle im Kopf. Es gab einen neuen Feind. Die Muslime, die Moslems wollen uns alle umbringen. Es sind die Moslems. Es war der Russe, jetzt sind es die Moslems. Wir müssen uns schützen mit strengeren Kontrollen. Die Welt war nachher nicht mehr die gleiche wie vorher. Inzwischen gibt es viele, viele Wissenschaftler, die sich mit diesem Thema, mit dieser Geschichte in New York auseinandergesetzt haben. Die sie bis ins kleinste Detail wissenschaftlich untersucht haben. Die geschaut haben, ob die Informationen, so wie sie weitergegeben wurden, tatsächlich stimmen können. Was eigenartig war. Welche Fragezeichen es gibt. Und es gibt inzwischen nicht nur eine Version dieser Geschichte, sondern viele. Und auch viele, die ganz große Fragezeichen haben. Gut. Aber es hat dazu geführt, dass wir strenger kontrolliert werden. Wenn wir fliegen möchten heute, müssen wir uns mehr oder weniger ganz ausziehen. T-Shirt und Hose oder Rock dürfen wir anlassen. Aber ansonsten müssen wir alles, was Metall ist, alle Metalle an oder in unserem Körper, im Körper, müssen wir natürlich nicht rausholen. Aber die müssen wir auch registrieren lassen. Die müssen wir erklären. Wir müssen, egal was wir anhaben, Gürtel, Schmuck, Handy, müssen wir alles hinlegen, Laptop und, und, und. Alles, was wir haben, wird kontrolliert, wenn wir irgendwo hinfliegen möchten. Es ist eine totale Kontrolle. Inzwischen auch bei größeren Veranstaltungen, bei Festivals, Musikfestivals, bei Sportveranstaltungen und, und, und. Die Welt nachher war nicht mehr die gleiche wie vorher. Zuerst das große Wettrüsten, dann die großen Kontrollen. Und jetzt haben wir einen neuen Feind. Und nicht nur einer, der uns westliche Menschen bedroht. Nein, jetzt ist es einer, der alle Menschen weltweit gleichermaßen bedroht. Es ist diesmal jemanden, den wir nicht sehen können, nicht hören können, nicht einmal riechen können oder auch festhalten können. Es ist ein vollkommen unbekannter Feind. Eine unbekannte Situation. Aber auch dafür gibt es eine Lösung. Es wird an dieser Lösung gearbeitet. Ganz klar. Und diese Lösung ist natürlich eindeutig. Alle Menschen brauchen diesen Piekser. Was ist hier eigentlich los? Was findet hier eigentlich statt? Immer wieder neue Feindbilder. Immer wieder neue Dinge, die uns Angst machen sollen. Stellen Sie sich einmal vor, wir wären auf einer Erde, auf einem Planeten und alle Menschen wären gleich glücklich. Alle Menschen würden nur Liebe verbreiten. Alle Menschen wären in ihrem allerhöchsten Bewusstsein und es wäre tatsächlich der Planet, von dem ich ja immer sage, es ist der Planet der Liebe und wir hätten alle diesen Zustand der Liebe erreicht. Es gäbe kein Neid, es gäbe keine Angst, es gäbe keine Gewalt. Das wäre schlecht. Denn es gibt immer welche, die an dieser Angst verdienen. Wer hat verdient an dem großen Wettrüsten? Wer hat verdient an den vielen Kontrollen? Und jetzt der Piekser. Wenn alle Menschen sich gleich lieb haben und es kommt jemand und sagt hier, ich möchte dir etwas verkaufen, damit kannst du dich schützen, damit kannst du andere Menschen verletzen. Warum sollte ich das kaufen? Welcher Sinn und Zweck hätte das? Was nützt mir das? Denn ich befinde mich bereits mit allen Menschen in einer sehr liebevollen Situation. Es wäre wertlos, es wäre nutzlos. Keiner würde es kaufen. Also würde es wahrscheinlich dann auch nicht produziert. Schlecht, schlecht, schlecht. Für diejenigen, die daran verdienen. Noch heute. Es hat nicht aufgehört. Also die Krankheit, die wir haben, hat nicht dazu geführt, dass nicht weiterhin solche Dinge produziert werden. Wir müssen uns ja schützen. Ganz klar. Und diese Dinge, mit denen wir uns schützen können, werden auch immer avancierter. Werden immer schneller, immer größer, immer gefährlicher. Wir müssen die haben. Denn wir müssen uns schützen. Vor wen müssen wir uns schützen? Ja, vor anderen Menschen müssen wir uns schützen. Es wird uns so eingeredet. Es wird uns eingeredet, dass unser Nachbar nicht unser Freund ist. Es wird uns eingeredet, dass wir uns fürchten müssen, nicht vor uns selbst, obwohl wir uns tatsächlich manchmal vor uns selbst fürchten sollten, wenn wir sehen, wie manche Menschen bereit sind, mit bösen Worten und auch bösen Taten um sich zu werfen. Denn es wird uns eingeredet, dass wir uns schützen müssen vor denjenigen, die wir eigentlich lieb haben sollten. Es ist irre. Und es geht immer weiter. Es wird immer schlimmer. Jetzt sogar, ohne dass diese anderen auf diesem Planeten uns tatsächlich mit irgendwelchen Gegenständen oder irgendwelchen Aktionen bedrohen. Jetzt sind wir sogar so weit gekommen, dass wir uns fürchten müssen, nur indem sie uns womöglich zu nahe kommen. Alleine die bloße Anwesenheit, alleine dadurch, dass diese Menschen leben, ja, sie leben und sie atmen, und sie atmen etwas aus, alleine die Anwesenheit von anderen, lebendigen Wesen auf dieser Erde kann mir zur Bedrohung werden. So wird mir versucht einzureden. Denken Sie einmal nach über das, was ich gerade gesagt habe. Was ist die logische Schlussfolgerung daraus? Das könnte die logische Schlussfolgerung daraus sein, wenn ich den Menschen einrede, andere Menschen, Kinder auch, sind gefährlich. Sie dürfen nicht zu nahe kommen, anderthalb Meter Abstand mindestens, lieber zwei. Und es wird uns auch vorgelebt von den Massenmedien, wenn jemand zu nahe kommt, bitte halte den Abstand, anderthalb Meter. Es wird auch so kommuniziert. Wir hatten Gruppierungen von Menschen, vor denen wir uns zu fürchten hatten, aus unterschiedlichen Gründen. Alle Menschen dieser Gruppierung in einen Topf geworfen. Alle Menschen dieses Landes, dieser Religion, alle in einen Topf geworfen. Und jetzt, jetzt müssen wir uns fürchten vor unseren Mitmenschen. das ist perfide. Bleiben Sie in der Liebe. Fürchten Sie sich nicht. Angst oder Liebe. Jeder hat die Wahl. Und die eigene Wahl ist wirklich ganz, ganz wichtig zur Zeit. Angst können wir nicht gebrauchen. Wir brauchen Liebe. Ganz viel Liebe müssen wir demjenigen, dasjenige, was gerade stattfindet, entgegensetzen. Es ist wichtiger als je zuvor. denn du weißt, dasjenige, was gerade stattfindet.